Du selbst bist der Mehrwert. Du selbst bist genau richtig, so wie du bist. Anders, einzigartig, individuell. Mein Name ist Alexandra Lang, Business Lady mit Herz und Wissen, Naturliebhaberin, Optimistin. Und ich kenne es aufgrund meiner eigenen Reise, aufgrund meiner eigenen Geschichte, wie wichtig es ist, selbst zu erkennen, wie viel Wert du hast. Und ich kann dir jetzt einmal den Druck rausnehmen, du musst nicht daran arbeiten. Du kannst es jetzt in dem Moment erkennen, wie wundervoll du als Mensch bist. Und das hat ganz stark mit deinem Erfolg im Business zu tun, mit deiner Kundengewinnung. Wenn du ein Produkt verkaufst, verkaufst du dich selbst immer mit. Es ist deine Energy, die mitfließt. Deine Ausrichtung, dein Fokus und dein Selbstbewusstsein. Eine kleine Aufgabe habe ich für dich, wenn du das möchtest. Mach dir mal deine 1, 2, 3 Top-Qualitäten wirklich bewusst. Du kannst auch gute Freunde fragen, jemanden aus der Familie. Und schreib es dir auf und häng es dir auf einem Platz, wo du es jeden Tag am besten gleich mehrmals siehst. Es wird sich was verändern. Beobachte es. Hol dir Feedbacks ein. Du bist bereits ein Mehrwert. So wie du jetzt bist. Nimm gerne mit mir Kontakt auf und wir sprechen darüber. Also, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.